Fahrschule Als Vorbereitung und Hilfe auf Deutsch und Tigrinja Klasse B Eine theoretische Prüfung hat 30 aus etwa 1200 Fragen. In diesem Video werden 10 Fragen übersetzt und beantwortet. Was kann beim mehrspurigen Abbiegen zu besonders gefährlichen Situationen führen? Genaues Einhalten des Fahrstreifens Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens Zu schnelles Fahren Die Antworten 2 und 3 sind richtig. Sind in mehreren Spuren das Abbiegen möglich, muss ich auch beim Abbiegen in meiner Spur bleiben. Die Geschwindigkeit passe ich an die Kurvenverhältnisse natürlich an. Ich sollte erst nach einer Kurve einen nötigen Spurwechsel vornehmen. Ja, die ich fahle. Wer nicht ganz viel mit mehr Messmer in dem ich gestecken kann? Die ich persönlich mit dem Messmer gebe, habe ich mit dem Messmer deutlich. Wenn die Anglisten, denken wir im Unterricht. Es ist die Anglisten und die Beschungsbote von Messmer. Bei stockendem Verkehr müssen bestimmte Bereiche freigehalten werden. Welche sind dies? Kreuzungen Bahnübergänge Grundstückseinfahrten Die Antworten Die Antworten 1 und 2 sind richtig. In einer sogenannten Stop-and-Go-Situation sind Kreuzungen und Bahnübergänge erst dann zu befahren, wenn ich sie ohne anhalten zu müssen, wegwerfen kann. Die Antworten Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird, unmittelbar hinter Fußgänger überwiegen, vor Bordsteinabsenkungen. Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung auf 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 die Benutzung Die Antworten 1 und 3 sind richtig. Am Fahrbahnrand zu einer Parkfläche und im Bereich eines abgesenkten Bordsteins kann ich durch Parken meines Fahrzeugs die Zufahrt versperren. Darum ist hier das Parken verboten. Welche Fahrzeuge dürfen die Fahrzeuge nutzen? Die Fahrzeuge können neben anderen Fahrzeugen in zweiter Reihe halten. Alle Fahrzeuge, wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist. Taxen um Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen, wenn dies die Verkehrslage zulässt. Die Antworten 2 ist die Frage. Die Antworten 2 ist richtig. Ich darf grundsätzlich nicht neben anderen Fahrzeugen in zweiter Reihe halten. Eine Ausnahme gibt es bei Taxen und Rettungswagen. Sie dürfen halten, um Fahrgäste oder Kranke ein- oder aussteigen zu lassen. Das ist die Frage. Ich bin ein- oder aussteiger. Ich sage Ihnen, die zahlen Sie, um die Zufahrzeuge zu machen, um die Zufahrzeuge zu machen. Ich habe eine Ausnahme auf die Zufahrzeuge zu machen. Ich habe die Zufahrzeuge zu machen. Ich gebe Ihnen das eine Ausnahme, um die Zufahrzeuge zu machen. Das ist eine Ausnahme für die Zufahrzeuge zu machen. Was weist auf überhöhten Kraftstoffverbrauch wegen starkem Verschleiß oder falscher Einstellung des Motors hin? Kondenswasser, das aus dem Auspuff kommt. Starke, dunkle Auspuffqualm. Die Antwort 2 ist richtig. Tritt beim Auspuff dunkler Qualm aus, ist das ein Zeichen für schlechte Verbrennung. Tritt aber Wasser oder Wasserdampf aus, ist das normal. Wie ist die Frage? Wenn wir die Wasserstoffverbrauch wegen der Wasserstoffverbrauch haben, dann haben wir die Wasserstoffverbrauch. Wenn wir die Wasserstoffverbrauch haben, dann haben wir die Wasserstoffverbrauch. Sie möchten eine Vorfahrtsstraße überqueren. Die Sicht nach beiden Seiten ist durch parkende Fahrzeuge stark eingeschränkt. Wie verhalten Sie sich? Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein. Ich überquere die Kreuzung zügig. Ich warne den kreuzenden Verkehr durch Hupen. Ich weiß nicht, was Es ist schlicht dass ich das – wie ist die Schmerzen? Ich frage mich auf die Ente, die zu einem有人 noch zu können. Ich habe mich für meine Zeit und wie ich das. Er ist die Möglichkeit, welche Fertur nicht hierherat? Er ist die Fertur nicht mehr als Unterhaltung. Er ist die Automatung, ich habe die Schmerzen gefindet. Die Antwort 1 ist richtig. In der beschriebenen Situation kann und sollte ich mich sehr vorsichtig in den Kreuzungsbereich hinein bewegen. Ich fahre mit höchster Konzentration, Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft. Welches Verhalten ist richtig? Ich lasse den grünen Pkw durchfahren. Ich biege vor dem grünen Pkw ab. Ich muss den roten Pkw vorbeilassen. Einige Fragen. Ich habe den Tag an den Anwendungen, dass ich den Anwendungen habe, dass ich den Anwendungen Ich habe den Tag an den Anwendungen, dass ich den Anwendungen habe. Die Antwort 1 ist richtig. Die Situation. Kreuzung mit gleichrangigen Straßen. Es gilt die Regel rechts vor links. Der grüne Pkw hat Vorfahrt, darum lasse ich ihn durchfahren. Der rote Pkw hat mich von rechts, darum fahre ich als Zweiter. Die Frage ist, wie Sie das sehen. Wie Sie die Frage ist? Wie Sie das sehen? Wie Sie das sehen? Das ist die Frage, die wir nicht mehr in der Lage sind. Sie ist die Frage an den Anwendungen, die wir nicht mehr verhalten haben. Sie ist auch eine gute Frage. Sie wollen, dass wir die Frage an den Anwendungen haben. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ich fahre vor dem Bus. Ich muss den Bus durchfahren lassen. Einige Fragen sind Sie. Ich habe einen Motorrad gemacht. Ich habe einen Autobus gemacht. Und ich habe einen Autobus gemacht. Die Antworten 1 und 2 sind richtig. An der nächsten Kreuzung haben das Motorrad und ich einmalig Vorfahrt. Es wird vom Schild angezeigt. Ich bin Linksabbieger und habe dem entgegenkommenden Motorrad die Vorfahrt zu gewähren. So fährt das Motorrad zuerst, dann ich und zum Schluss der Bus. Ich habe einen Autobus gemacht. Welche Gefahren können sich durch Nicht-Beachten dieses Verkehrszeichens ergeben? Das Fahrzeug könnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden. Das Fahrzeug könnte einen Achs- oder Federbruch erleiden. Die Ladung könnte beschädigt werden. Eine verschiedene Weightcamade für die Arbeitszeit. Das Fahrzeug kann man sich ohneure zurücklöst und mehr. Eta mitw었습니다 Autobus Gun futures gesernte donated. Weil Sie die Abitur hin에서 einen Autobus machen. Aber Sie ger て database aufgrund des Fahrzeuges. Eta mitwbl Alsobus macht einen clock? Alle drei Antworten sind richtig. Dieses Verkehrszeichen warnt den Fahrer vor einer unebenen, meist stark beschädigten Fahrbahn. Fahre ich mit einer hohen Geschwindigkeit, kann der Gegenverkehr gefährdet und mein Fahrzeug oder die Ladung beschädigt werden. Wenn man die Vorfahrtsstraße überfährt, kann der Gegenverkehr überfährt werden, wenn der Gegenverkehr zulässt. Was ist hier zu beachten? Beachte keine Vorfahrtsstraße. Die Mittellinie darf überfahren werden, wenn es der Gegenverkehr zulässt. Fahrzeuge dürfen die Mittellinie nicht überqueren oder über ihr fahren. Parken ist erlaubt, wenn zwischen einem parkenden Fahrzeug und der Mittellinie ein Fahrstreifen von mindestens drei Meter bleibt. Was ist das Bild? Was ist hier für die Mittellinie nicht? Die Frage, wie es sich um, wenn man sich entwickelt und man stellt sich an, bevor wir profitieren Absolutely? ? Wo wird uns so weiter braten, wenn man das ... vor Regulierung kommt, zu starbenhaische Hause zu bekommen die 15, wurde сем落 okay gekauft. Die Antworten 2 und 3 sind richtig. Die durchgezogene Linie ist eine Fahrstreifenbegrenzung. Sie darf nicht überfahren werden, auch nicht teilweise. Sie ist wie eine unsichtbare Mauer. Geparkt werden darf nur, wenn zwischen Mittellinie und Fahrzeug mindestens 3 Meter Abstand sind. Dann kann ein Fahrzeug ohne Behinderung vorbeifahren. Es darf die Linie dabei nicht überfahren. Die Antworten 1,5 Meter Abstand Malseessi kutra khalattanh salasten konu. Ete tigilu zi gheyd xintatsag wassan naiti masmaryu. Ketrag sugaa aifkadan. Ammango ete maakalay xintatsan makina ghaan salasta metra fuirli into lo ktachashiqifik adakayu. Makina bzaiqu tra шalif salatghel. Musik